Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zur Graf Zeppelin. Vorsicht zuhören, es ist wichtig, es ist extrem wichtig. Ich habe ja noch kein Video zur Graf Zeppelin gemacht und das hatte zwei Gründe. Erstens, das Schiff war Mist, als es rauskam. Und es war auch schon Mist, als wir es in den Händen hatten, zum Testen. Deswegen habe ich ganz bewusst auf ein Video davon verzichtet und habe letztens ein Video rausgebracht über Sonderangebote für World of Tanks, World of Warships zur Gamescom und habe dort auch eine Kaufwarnung ausgesprochen. Dieses Schiff ist Mist. Ich wollte kein Video dazu machen, um dieses Schiff nicht zu bewerben. Deshalb kein Video. So, fangen wir aber nochmal von vorne an. Graf Zeppelin ist ein Stufe 8 Premium in World of Warships und kam zum Anfang der Gamescom raus. Das ganze gute Stück hier ist wahrscheinlich das meistgewollte Schiff in Trägerform in World of Warships, denn das ist der einzige deutsche Träger, der fast fertig wurde, Träger A. Und da fehlten halt, glaube ich, nur Deck und Bewaffnung. Also zu 60, 70 Prozent war der fertig. Ja, viele Leute wollten die Graf Zeppelin, viele Leute haben sich darauf gefreut. Dann kam die Gamescom, natürlich die größte Spielemesse der Welt in Deutschland und natürlich wollte Wargaming dieses Schiff dort verkaufen. Wir Community-Contributoren haben das Glück, wir können Schiffe vorher testen. Und wir hatten exakt zwei Versionen bekommen. Die erste Version, die habt ihr wahrscheinlich überall auf vielen anderen Kanälen gesehen, wurde bestückt mit zwei Jägern und dreimal Torpedobommern. Die Torpedobomber waren okay, aber dadurch, dass es drei waren und sehr viele Flugzeuge hatten, waren die extrem overpowered. Also das ganze Setup war overpowered. Ja, man konnte gegnerische Schlachter oder auch DDs oder weiß der Geil was, alles. Man konnte alles mit einem Angriff rausnehmen. Das war völlig crazy und völlig overpowered. Und mir war es klar, dass dieses Schiff so natürlich nicht kommt. Es kam auch schnell die Bestätigung, dass wir eine neue Version bekommen. Nun ist es aber passiert, dass sehr viele Community-Contributoren da draußen, weil sie ja immer die Schnellsten sein wollen, ne, Richtung Flamini, wie heißt der? Ach, ist ja auch egal. Die haben natürlich sofort ein Video rausgebracht und haben gesagt, oh ja, hier, guck mal, die Graf Zeppelin hier mit den Torpedos völlig imber. Und sie hatten recht, das Ding war zu stark. Ja, die Jäger sind Mist gewesen, aber die Angriffskraft des Trägers war zu stark. Aber nun ist das Phänomen, wenn du ein Video als Community-Contributor rausbringst über ein Schiff, was so definitiv nicht kommen wird, das wussten wir alle, ja, und einfach nur, um es zu zeigen, bleibt sowas hängen. Nicht jeder guckt immer das neueste Video eines YouTubers, nicht immer guckt alle Videos zu einem Schiff. Deshalb kann es passieren, dass Leute dieses erste Video sehen und dann, ah ja, Torpedos, habe ich schon mal gehört, jetzt ist es raus, jetzt kaufe ich es mir. Ja, weil sie einfach nicht die neueste Version oder das neueste Video gesehen haben. Deswegen halte ich mich da immer zurück. Ich warte immer noch bis zum letzten Augenblick, um ein Schiff zu bringen, um einfach die aktuelle Version zu zeigen oder dem, was am nächsten kommt. So, dummerweise kam dann Version Nummer 2 mit den Sturzkampfbombern ohne Torpedobomber. Diese Sturzkampfbomber-Version war Mist. Sie war langweilig und sie war völlig doof zu spielen. Die Jäger auf dem Schiff sind nicht gut. Die Jäger haben wenig DPM, sind langsam, halten nicht für aus, haben keine Munition. Gut, kann man ausgleichen mit eben einem guten Angriffspotenzial. Aber durch die Sturzkampfbomber ist dieses Angriffspotenzial nicht gegeben. Sturzkampfbomber, ne, profitieren nicht von den Kapitänssachen und brauchen ewig, bis sie nachgeladen sind. Man ist also ewig am Nichtstun, ja, weil die Flugzeuge entweder unterwegs sind oder zurückkommen. Und HE-Bomben sind ziemlich langweilig. Man schmeißt sie halt einfach ab, macht 7.000 bis 23.000 Schaden, je nachdem, was RNG so davon hält. Und dann fliegen sie wieder zurück. Und insgesamt war das jetzt ein Angriff in 5 Minuten. Stink langweilig. Dann gab es aber noch die Möglichkeit, auf dem Schiff AP-Bomben einzusetzen. Und ich weiß nicht, wie Wargaming geritten hat. Diese AP-Bomben sind das Schrägste, was ich je gesehen habe. Man wirft sie ab, die Flugzeuge fliegen schon nach Hause und erst nach 9 Sekunden schlagen sie beim Ziel auf. Und das nicht mal sonderlich präzise. Das heißt, es ist fast unmöglich, sich ein sich bewegendes Schiff damit zu treffen, sollte es auch nur ansatzweise den Kurs wechseln. Und viele haben das natürlich gemacht. Deswegen gingen viele Bomben daneben. Und selbst wenn sie getroffen haben, kann es passieren, dass sie in der Panzerung hängen bleiben oder sonst irgendwas. Und das war ein RNG-Fest vom Feinsten. Also vieles war einfach komplett dem Zufall überlassen. Kein schönes Schiff. Das haben Papa und ich wollten eigentlich ein Video zu beiden Versionen machen. Aber wir haben uns da dagegen entschieden. Und wir haben auf Wargaming natürlich unser Feedback gegeben. Machen wir immer. Machen alle Community-Kundig-Betouten da draußen. Und sämtliche Leute, das habe ich noch nie erlebt. Sämtliche Community-Kontributoren waren sich einig. Das Schiff ist Mist, darf nicht verkauft werden. Bitte, Wargaming, verkauft es nicht. Es ist nicht balanced. Es funktioniert nicht. Und was macht Wargaming? Bring genau diese Version. Ja, nun haben einige eine Kaufwarnung rausgebracht. Ich ja auch. Zu meinem Angebotsvideo. Bitte kauft dieses Schiff nicht. Es ist komplett kaputt. Und ich habe bewusst darauf verzichtet, insgesamt ein Video zu dem Schiff zu bringen, um niemanden zu trägern. Um niemanden zu sagen, kauft dieses Schiff. Kann ja passieren. Manche sehen das. Oh, sieht ja toll aus. Gucken das Video nicht. Sende kaufen schon. Und dann sage ich im Video, kauft es nicht. Deshalb habe ich bewusst darauf verzichtet, dieses Schiff nicht zu bewerben. Warum ist jetzt hier ein Video da? Okay. Wir gehen hier mal raus. Und ich klicke mal ganz kurz hier ein bisschen rum. Wir gehen mal kurz ins Forum. Wargaming hat kurz nach dem Start der Gamescom, nach dem Verkaufsstart, mehrere Posts hier durch. Eben die Community-Kodiatoren in den verschiedenen Serverstrukturen rausgebracht. Hier ist mal EU. Und EU sagt, ja, dieses Schiff ist nicht zu schwach und nicht fertig für den Release. Das heißt, sie wollten es tatsächlich so bringen. Es war genau so geplant. Und man soll ja doch bitte nur das Schiff öfter fahren. Denn irgendwann kommt man mit ihr besser klar. Dann wird sie auch komfortabler. Und man spielt besser mit ihr. Bla, bla, bla. Blödsinn. Dieses Schiff war einfach kaputt von Anfang an. Wargaming wusste es, hat es trotzdem gebracht. Und man hat nun versucht, hier in verschiedenen Aussagen, hier ist zum Beispiel jetzt mal Asien, das gleiche übrigens, man soll doch bitte das Schiff erst mal eine Chance geben. Man soll ein bisschen Skills sammeln. High-playing-Skills are required für AP-Bomben zum Beispiel. Man soll doch dem Schiff eine Chance geben. Das Schiff ist exakt so, wie es sein soll. Man hat aber auch gleichzeitig zurückgerudert, hat gesagt, demnächst irgendwann werden noch Torpedos dazukommen. Und zwar Tiefsee-Torpedos. Dazu möchte ich mich jetzt auch erstmal nicht äußern. Interessant fand ich halt jedenfalls, dass sie so quasi gesagt haben, das Schiff ist fein, das ist super, wir sind zufrieden damit. Ja. Jetzt will man aber dieses Schiff kaufen. Und was passiert? Seid nicht gefunden. Das Schiff wurde komplett im Verkauf gestoppt. Heute Nacht. Und zwar kann man es nirgendwo mehr kaufen. Weder auf dem Asia-Server, noch dem US-Server, noch dem US-Server, wo es erst zwei Tage draußen ist. Und man kann es nicht mehr kaufen. Wargaming hat also komplett dicht gemacht, hat dieses Schiff komplett, natürlich genau am Ende der Gamescom, hat es aus dem Verkauf genommen. So, nun heißt es aber, für alle, die das Schiff bereits gekauft haben, sind die angemeldet. Nein, nicht ganz. Und hier muss ich Wargaming einerseits sagen, Hut ab, ihr habt nochmal reagiert. Gut. Andererseits, könnt ihr mal besser machen. Und zwar, Wargaming hat hier auf der Seite ein Statement veröffentlicht. Achtung, das ist nur auf Englisch, deswegen werden wir hier mal kurz reingucken. Zuallererst mal, wir haben in letzter Zeit eine kleine Auseinandersetzung gehabt mit der Community über eben dieses Schiff. Und viele sagen, dass das Schiff nicht so dolle ist, ja. Und, ja, jetzt haben sie realisiert, dass das Schiff so in der Community weder ankommt, noch sollte es, äh, ja, so verkauft werden, auf einmal. Ne, also vorher war es noch fein, jetzt ist es auf einmal nicht mehr ganz so gut. Egal, jedenfalls erklären sie das hier nochmal. Sie wollten das halt auch wirklich zur Gamescom bringen, ist auch okay, kann ich verstehen, ja, als normaler Mensch. Aber, dass man auf die Community scheißt und auch auf die Tester, finde ich nicht okay. Ja, hätte man vielleicht den Testern mehr Zeit geben sollen, Wargaming oder den Entwicklern mehr Zeit geben sollen, das Schiff, ähm, zu balancen. Aber gut, ist nicht passiert. Nun heißt es aber, man kann dieses Schiff tatsächlich zurückgeben. Ja, solltet ihr da draußen also nicht mit dem Schiff zufrieden sein, könnt ihr es das erste Mal und wahrscheinlich auch das einzige Mal zurückgeben. Weil normalerweise hat Wargaming ja kein Rückgaberecht, was ich persönlich für fatal halte, aber das ist eine andere Sache. Jetzt kann man es tatsächlich zurückgeben. Und zwar, indem ihr hier auf den Link klickt und hier auf den Link, das ist Blödsinn, macht das nicht. Der richtige Link ist unten in der Videobeschreibung, ja. Ansonsten sucht man sich da dumm und dämlich. So, wenn ihr auf diesen Link klickt, landet ihr hier auf dem Support. Ihr müsst eingeloggt sein, oben rechts und dann habt ihr hier die Auswahl, wenn ihr unten auf den Link geklickt habt und zwar eu.wargaming.net slash support slash tickets slash create Dann klickt ihr auf World of Warships und dann bei Abrechnungsfragen dann Rückerstattung beantragen ja. Und dann hier Graf Zeppelin Refound oder Graf Zeppelin zurückgeben oder irgendwas oder auch nur Graf Zeppelin ist völlig egal. Ja, und dann könnt ihr hier den Titel eingeben. Hiermit möchte ich mein Schiff zurückgeben und was war noch? Ja, das war es eigentlich auch schon. Hiermit möchte ich nur mein Schiff zurückgeben. Das reicht eigentlich. Sollte da noch irgendwas fehlen, wird euch der Support-Mitarbeiter hier in diesem Ticketsystem anschreiben. Ihr kriegt dann auch eine E-Mail. So. Dann müsst ihr hier unten noch eure Zahlungs-ID eingeben, womit ihr es gekauft habt, damit das auch zurückrechenbar ist für die Wargaming-Mitarbeiter und dann die Währung. Fertig. Dann kriegt ihr dieses Schiff aus dem Hafen rausgenommen und bekommt euer Geld wieder. Für diejenigen, die das nicht wollen, gibt es die Möglichkeit, das Schiff zu behalten. Und zwar und hier muss ich leider sagen, Wargaming, das muss ingame stehen. Ja, dass man das Schiff zurückgehen kann. Das darf nicht einfach nur auf der Webseite stehen. Viele Leute gucken nicht auf die Webseite. Viele Leute lesen die Nachrichten nicht. Viele Leute gucken nicht ins Forum oder auf Reddit oder meine Videos. Ja, ich versuche hier nur eine Quelle mehr für euch da zu sein. Das muss ins Spiel. im Spiel muss es möglich sein, direkt per Knopfdruck das Schiff zurückzugeben. So, also Wargaming, bitte, bitte mach das. Aber gut, man muss ja das dazu sagen, das Interface ist ja immer noch Beta und sie warten ja immer noch auf die neueste Version und das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Aber ist ja auch wurscht. So, wenn man dieses Schiff behält und behalten möchte, weil es einem gefallen hat oder aber weil man gucken will, was daraus wird, kann man das machen. Und zwar, wenn ihr dieses Schiff nicht zurückgebt, habt ihr jetzt, nachdem der Verkauf gestoppt wurde, die Möglichkeit das Schiff zu behalten, weiterzufahren und ihr könnt live, wie auch immer das geschehen soll, am Entwicklungsprozess für die Graf Zeppelin teilnehmen. Ich schätze mal, über Umfragen wird das gehen. So wird es bei uns gemacht, bei den Community Contributoren und auch bei den Supertestern. Dann wird es ganz ähnlich gemacht. Ihr kriegt da wahrscheinlich eine Umfrage und könnt diese beantworten und auch Suggestions abgeben, also irgendwelche Sachen, die ihr vielleicht vorschlagen würdet, könnt ihr da alles eintragen. Das wird hoffentlich funktionieren. Das heißt, sämtliche Leute, die dieses Schiff behalten, werden an der Entwicklung dieses neuen Schiffes beteiligt sein, was ich ziemlich cool finde. Und alle, die auch dieses Schiff dann behalten und es fertig irgendwann mal gebalanced ist, wann das sein wird, ist eine andere Sache. Aber nach dem Balancing-Prozess, also wenn das ganze Ding wieder neu ist, könnt ihr es drei Monate lang ja quasi spielen, ohne dass es andere Leute kaufen können und ihr habt das dann in drei Monaten exklusiv in der neuen Version. So wie wir auch Community-Kontributoren. Wir kriegen unser Schiff ja auch immer ein bis zwei Tage oder ein bis zwei Wochen vorher und können es dann testen. Und genau das könnt ihr hier auch machen. Außerdem, für alle, die das Ding jetzt in der Garage haben und behalten oder eben die Nachrichten nicht lesen, werden irgendwann eine weitere Tarnung bekommen, die kein anderer sonst kriegt. Und die ist noch nicht fertig, die wird dann halt auch gemacht, zusammen mit euch. Was ich auch wieder ziemlich cool finde. Also Hut ab Wargaming. Ja, ich finde das gehört zwar ins Spiel, das muss man im Spiel anklicken können, aber dass Wargaming, ich sag mal, in nur sieben Tagen reagiert hat, das ist neu, das kennen wir so noch nicht. Ich wünschte auch, das hätten sie beim Chrysler gemacht. Aber gut, Wargaming verkauft dieses Schiff jetzt also nicht mehr und alle können jetzt quasi am Balancing-Prozess teilnehmen. Wie das geschehen wird, weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich hier noch bekannt gegeben werden und eine kleine Sache noch, und zwar hat man das vielleicht auch schon bei mir auf der Facebook-Seite gesehen, gab es auch einen Verlust während dieses Debakels und zwar den guten iChase Gaming. iChase Gaming ist ein Community Contributor im US-Bereich. Ich habe ihn auch mal persönlich kennengelernt, war er damals in Polen, mein Gegner im Mighty Jingles Team, ein sehr netter Mensch und der ist ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen bei seinem Kritik-Video über die Kaufwarnung zur Graf Zeppelin und da hat er leider auch gesagt, dass derjenige, der das Ding verzapft hat oder aber derjenige, der das Ding in den Markt gebracht hat, hätte gefeuert werden sollen und ich weiß, da draußen denken viele so, aber wie gesagt, das Ganze begründet hier auf Respekt und auch Respekt vor dem Leben und der Arbeit anderer und deshalb ist er dazu weit gegangen und wurde aus dem Community-Programm entfernt. Wargaming hat jetzt aber zugegeben, auch das war ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, sie haben intern ganz schön auf den Deckel gekriegt, muss man dazu sagen, nicht nur intern, also auch im ganzen US-Forum glühen gerade die Beiträge dazu und sie werden nochmal darüber nachdenken, mal gucken, was dabei rauskommt, ich weiß es nicht, mal schauen. Auch das finde ich okay, man muss sowas definitiv bestrafen, immer mal auf die Finger klopfen, es geht so nicht, man kann so Kritik nicht anbringen, habe ich letztens auch ein Video zu gemacht, aber dass man da jemanden direkt aus dem Community-Programm kickt, das ist ein No-Go, bei Sir Fork konnte ich es verstehen, der hat es wirklich ein bisschen sehr übertrieben, aber bei so einer Aussage, die wir alle jeden Tag irgendwann mal irgendwo an irgendeiner verdammten Kasse oder sonst irgendwo treffen oder raushauen, finde ich es ein bisschen übertrieben, aber das ist nur meine Meinung, nicht die von Wargaming, finde ich auch okay. Also, iChase kommt zurück, vielen, vielen Dank Wargaming, vielen, vielen Dank, dass ihr hier auch nochmal eingelenkt habt, das Schiff nicht mehr zum Verkauf bringt und dass wir es zurückgeben dürfen, das erste Mal und ich hoffe in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren, dass es ein Rückgaberecht geben wird oder eine Chance, Schiffe direkt zu testen vor dem Kauf, also beides, das wäre großartig, hat die mir immerhin auch schon, hat Good Old Games, also GOG.com haben das auch schon, Origin und Ubisoft haben das auch schon, Wargaming, zieht nach, ihr habt jetzt euren eigenen Launcher, bitte, bitte, Rückgaberecht. So, also, die gute Graf Zeppelin könnt ihr jetzt zurückgeben und das Ganze über den Link unten in der Videobeschreibung, deshalb, ne, tut es oder tut es nicht, auf jeden Fall könnt ihr entweder euer Geld zurückverlangen oder eine Entwicklung euch beteiligen, ich bin sehr gespannt wie Wargaming das macht und ja, das war jetzt auch mein Video zu Graf Zeppelin, wenn sie irgendwann mal fertig ist und gut wird, machen wir ein Video dazu, versprochen. Macht's gut, es bleibt Ölmung, tschüss. Mieter der Herde, August 2017, Henning W., Niki H87, Siehdaum, Laertes, Hellghost, Basti 711 und Acetykolin Rezeptor. Ihr seht, es sind mittlerweile ein paar mehr geworden, wir haben die Plätze auf 10 erhöht, da da draußen wirklich sehr viele Leute sehr, sehr großzügig sind, vor allem auch unser Betreuer der Herde. Vielen, vielen Dank an euch und auch Special Sanks nochmal an Saanforgivung 1977 und Wulfi 77, die beide ebenfalls nochmal gespendet haben, als keine Plätze mehr übrig waren. Und an alle anderen da draußen, vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, das bedeutet mir unheimlich viel. Denkt daran, wenn ihr auf tp.com slash Mutality etwas dalasst, dann kommt aufs Discord und meldet euch, ihr werdet dann Supporter und könnt mit abstimmen, durch welches Spiel wir den Limu jagen.